Und damit ein herzliches Willkommen unter uns zu einem weiteren Part der Let's Play Lost the Judgment. Ich bin aus einem Zimmer fix. Und, ah, ich dachte es mir fast. Beim letzten Mal haben wir, ähm, hier den Roboter-Club beinfiltiert, haben unser erstes großes Match gewonnen. Und, äh, wollen ja weiter was über den Professor rauffinden. So, man fällt diesen kleinen Roboter-Nerd-Plus ein. Denkt ihr etwa, er kann einfach einen Ex-Temberator nennen? Hä? Sind sie nicht beim Krimi-Club? Ich bin Jagami. Ich habe gerade noch als Ex-Temberator beim Roboter-Club angefangen. Oh, wow. Dann sind sie das also. Ich bin Yuki-Dara Akwita, die Beteiligung des Roboter-Clubs. Oh! Die sie rausgehegelt haben, stimmt. Liegt etwa an. Liegt es an? Vermutlich hatte ihnen niemand gesagt, dass ein Ex-Temberator-Berater zugezogen werden soll. Ah, haha. Ja, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Nein, ist das nicht erschrecklich? Oh, richtig. Wenn sie als Berater fungieren, können wir mal kurz unterhalten, vielleicht da drüben? Ja, gerne. Ich hatte schon darauf gehofft, mich nur mit der zuständigen Beteiligung unterhalten zu können. Flirtet die mit Jagami hier? Ich habe das Gefühl. Hier sind gerade kaum Schüler. Das ist ein toller Ort zum Entspannen und Drehen. Okay, Zeit, Akwita-Sensei, über den Roboter-Club auszufragen. Beteiligung des Roboter-Clubs bist. Wie ich höre, versteht der Roboter-Club sich nicht besonders gut mit seiner Beteiligung. Ja, das stimmt. Immer wenn ich vorbeischau, werde ich komplett digniert. Das ist unglaublich frustrierend. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil ich sie nicht an der Roboter-Rally teilnehmen lassen wollte. Echt jetzt? Warum unterstützen sie sie nicht? Das ist kein Turnier für einen normalen High-School-Roboter-Club wie unseren. Da blamieren sie sich bloß. Da nehmen Forscher aus Berufsschulen, Unis und sogar Unternehmen teil. Sie alle, die alle über Großfachwissen und viel Geld verfügen. Aber haben sie nicht letztes Jahr auch an einem Roboter-Web teilgenommen? Das war nur zum Spaß. Aber Okidawa-Kommun ist anders. Satellite, es gibt es einen Sponsor. Wenn sie jetzt verlieren, lacht die ganze Welt über sie. Aha. Ja. Und ganz zu schweigen von den ganzen Nachtschichten, die sie zur Vorbereitung auf das Turnier geschoben haben. Als die Betreuung muss ich dann ebenfalls Überstunden machen. Und zwar unbezahlte. Und trotzdem ignieren sie mich einfach immer, wenn ich im Club-Raum auftauche. Sie sind so gemein. Und das nackt er mir. Das Verhältnis vom Betreuung im Club ist wirklich angespannt. Die Soki Tawaga. Wir haben uns kurz unterhalten und er wirkt, äh, äh, und er wirkt wie wir, 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 ah, Schadefehler. Äh, ein vorbildlicher Schüler. Tja, er ist ein wirkliches Wunder. Er hat den Roboter-Klub ganz schön auf den Kopf gestellt. Früher waren das bloß eine Heure Kinder, die Roboter liebte. Der Club war eher ein Hobby für sie. Wenn ich ab und dann vorbeischaute, haben sie Mangels gelesen, gedöst, sowas eben. Es wirkte eher wie ein Träger-Kultur-Club. Sie können sich sicher vorstellen, warum Okitawa-Konzept sie mir so scharfen Verstand zuerst bewundert habe. Er fände das System so, dass vier Mitglieder einen hochwertigen Roboter bauen können und noch ein Sponsorgeld aus dem Einkaufsviertel anlanggezogen. Haben sie schon erwähnt, dass er um über eine Million Yen geht? Über eine Million Yen? Das sehe ich eher unglaublich. Wahrscheinlich hat er das Geld übrigens vom Professor geliehen. Welches Einkaufsviertel legt bitte so viel Geld auf den Tisch? Eins ist ich, Jinjo? Nein. Aus Tokitawas Heimat in dem Einkaufsviertel in Tokio. Er hat da wohl Beziehungen. Mann, oh Mann. Der ist echt eine Klasse für sich. Vielen Dank, Akuta-Sensei. Ich glaube, damit habe ich alle meine Fragen gebaut. Schön, wenn es ihm weiterhilft. Was meinen Sie, Yagami-Sensei? Kann sie den Roboter-Club für sich gewinnen? Ehrlich gesagt sind da noch ein paar hohe Mauern zu überwinden. So viel los. Diese Kinder können Erwachsene echt nicht ausstehen. Ach, das ist in dem Alter doch ganz normal. Die denken Erwachsene wie wir verstehen sie nicht. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie sie nicht an der Robot-Rallye teilnehmen lassen wollen. Puh, das hat gut getan. Muss ich das mal vom Herzen zerreden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden? Die hat sowas derbe mit ihm geflirtet. Akuta-Sensei, musst du wohl definitiv mal Dampf ablassen. Hey, hey! Okay, Yagami-San. Auf zum Teilen gespielt. Ihr Feedback lassen wir dann zukünftigen Modifikationen einfließen. Alles klar, kriegen wir hin. Abgenutzte Kombi. Von wegen, da muss ich die Materialien selber machen. Es war mir schon klar, dass ich das alles selber machen muss. Also es ist auch nicht so, dass ich was herstellen kann. Ah doch hier, Energie. Aha, aha, aha. Verringert den Nachkampfschaden um 10%. Aha, aha, kann ich aber auch nichts herstellen. Ich will eigentlich nur eine neue Waffe haben, liebe Leute. Also, machen wir mal das da. Ein ganz normales Trainingsmatch. Oder müsste ich gleich hier das nächste Turnier-Ding machen, oder würde ich wahrscheinlich ablosen? Wir fahren mal wie ihr und je planen das in der Gegend rum. So, komm. Da würde er auch mal vorfahren. Die spawnen aber auch voll madig. Oh. Was ist das, Mann? Hallo, danke. Oh. Das ist deutlich schwerer als das gerade, was wir hatten. Ach so, diese Gefängnisse baut der. Ah, okay, geile Taktik. Alter, das müsst ihr einsammeln, Mann. Okay, das soll man sein, auch in Ordnung. Komm schon, nehmt die blau... Oh, ich bin von der blauen Bahn abgekommen. Pera. So. So geht das nicht, Mann. Oh mein Gott, Mann. Erstmal das einsammeln. Kannst du mal da weggehen? Eine Welt im Blau. Oh mein Gott, schau dich mal den an, Mann. Wie der alles vernichtet, Mann. So. Okay, jetzt sieht's gut aus. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die gegnerische Basis einnehme. Das hab ich noch nicht verstanden. Okay, jetzt. Nein, 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 nein. So. Hey, hey, das ist ja richtig geil jetzt. Damn you. Na gut, jetzt. Oh. Direkt von meiner Basis haben sie es gelegt. Aber trotzdem vernichten die Gestank. Ich weiß noch nicht, wie ich die gegnerische Basis einnehme. Das hab ich noch nicht verstanden. Aber okay. 50 Prozent. Also deutlich schlechter als beim letzten Mal. Aber Leute, die KI von meinen Teamkollegen ist so hart schlecht, Mann. Die ist so derbe hart schlecht, Mann. Die schaffen es ja echt nicht, irgendwas einzusammeln, Mann. War das gut? Hab ich gewonnen? Okay. Achso. Muss ich noch ein Trainingsspiel machen? Also, komm hier. Okay, da kann ich hier was. Ein von diesen Chips einsetzen, oder? Na toll. Und warte mal. Wo krieg ich diese IP-Dinger? IP 1. Okay, das ist so ein rotes Teil. Möchte ich das machen? Nö. Ah, ihr einsetzen natürlich schon. Match beginnt Interleague. Die werden mich aber wahrscheinlich zerstören, oder? Kann ich mein Ding noch ein bisschen neuer machen? Ein bisschen besser, ein bisschen cooler, ein bisschen größer. Gefällt mir, dass das Einzige, was ich gebaut hab, bis jetzt diese eine doofe Batterie war. Ah, okay, die kann man also auch upgraden. Aber das ist halt echt kacke, weil ich halt noch nichts, weil ich halt einfach nichts, äh, herstellen kann, nichts Sinnvolles. So, okay, das ist der Körper, aha, das ist die Batterie. Was haben wir am Motor? Darf ich mal über ein Verfahren, was die Symbole sind? Ich glaub, das ist dann einfach Stärke, oder? Energie, Bewegung. Ich will dann Tempomotor. Also ich kann alle Maschinen, äh, upgraden. Okay, das ist gut zu wissen. Also ich hab schon Tempomotor. Sehr gut. Und wo ist jetzt mein Tempomotor hin? Ich versteh das echt nicht, Mann. Wieso kann... Ich hab da jetzt ein Tempomotor stehen, aber ich kann das bei denen auch nicht ausrüsten. Ach so! Warte mal, hängt das ab davon, äh, welchen ich von den Dingern hier hab? Also ich kann immer nur bei einem von denen immer was ausrüsten, oder? Wie ist das? Vorhandene, vorhandene, ja. Aber es bringt mir, wie gesagt, also im Endeffekt nichts. Na gut. Äh, wir machen ein Match. Machen wir nochmal ein Trainingsmatch hier, damit wir das auch hier verstanden haben nochmal. Und dann machen wir das nächste Match hier. Das ist deutlich skillbasierter als der Tanzclub. Das gefällt mir nicht. Es ist so unfair, Mann. Es ist so hart unfair. Jedes Mal spawns auf dieselbe Art und Weise. Direkt immer vor den Gegnern. Ohohohoho. Ja, genau. Spawn mal wieder direkt da. Das Ding ist so kruppellangsam, Mann. Die anderen haben so ein Schuh-Ding. Das hätt ich auch voll gerne. Ja, jetzt verschwind. Alter! Ich glaube, meine Kameraden sabotieren mich. Meine Kameraden sabotieren mich. Was macht zum Beispiel der hier die ganze Zeit? Kann man nicht bewegen? Ich glaube, das ist kein Problem. Okay. So. Ja, schön. Haben wir uns gegenseitig gerammt. Okay. Wieso kann ich das nicht legen? Ach so, okay. Die vier Fälle müssen alle aufgelegt werden. Okay, gut. Na super. Nicht gut. Gut, das wollen wir definitiv nicht schaffen. Das macht mir übrigens keinen Spaß, dieses Minispiel. Wieso kann ich das nicht hinlegen? Hat er jetzt das 9er Feld? Nein, ich hab das 9er Feld. Komm, komm, komm. Sehr gut. Damit haben wir hier schon gewonnen. Okay. Okay, am Ende waren wir doch jetzt nicht so schlecht. Aber, also die Teamkollegen, die sind so hart schlecht, man. Also, die taugen mir ernsthaft gar nicht, man, wie die funktionieren. Ich glaube, ich bin übrigens fast gestorben, man. Die müssen viel aggressiver auf die Dinger gehen. Und was mich nervt, die Gegner haben so einen Schuh, wo sie so nach vorne hüpfen. Das hab ich auch nicht. So. Also, komm, passt. Ja, ja, ja. Oh. Okay, kriegen wir hin. Die Finanzdruckwiskum wurden auf 30.000 erhöht. Ja, ja, schön. Bank mir nur leider sehr wenig, wenn ich keine Materialien habe. Und keine Ahnung, ob ich die herbekommen kann. Aber nur gut. So ist das halt. Ich sehe da auch echt keinen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen LK30 und LK40, außer dass es mehr kostet? Da steht nicht mal was, man. Das ist echt doof. So. Da, wie gesagt, kann ich's bauen, kann ich's bauen, kann ich's bauen. Ja, mach mal nächste Challenge, man. Was soll man sonst, man? Das ist nicht so, als hätten wir irgendwas Sinnvolles machen. Aber ich glaube, jetzt werde ich zerstört, oder? So, es spawnt ihr. Ah, nee. Oh, es spawnt bei uns. Was ist denn da los? Wo fahrt ihr denn, Mann? Wo fahren die Hungs, Mann? Ihr müsst ja mal außer von unserer Basis rumstehen. Ah, genau. Spawn wieder genau in der Gegend als Basis. Steh an, zum Beispiel, was der da macht, Mann. Der Makina. Ich check's nicht mal, was der da macht. Was ist denn, was der da macht? So. Okay, das werden wir uns wieder nicht tun können. Okay! Okay! Damn you! So, komm, 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 komm! Jetzt müssen wir uns erstmal hier gescheit Wälder kaufen. Verschwind! Okay! Jetzt! Okay! Okay! Was?! Oh, ich bin aus dem Feld rausgegangen. Das war eine sehr gute Idee. Aber das holst du jetzt, oder? Da muss ich mich jetzt nicht hinstellen und... Danke fürs Wegrammeln. So, hol das! Hol das! Holst du es? Dann holst du es halt nicht. Dann mach ich es halt wieder. Rammt der mich, oder tut der nur so? So! Ah, jetzt hab ich die gegnerische Basis erobert, oder? Glaube ich zumindestens. Ich weiß es nicht. Aber egal, 100%. Das war, glaube ich, gut. War echt gesagt... Ah! IP1 starten! Sehr schön! Das heißt, wir können uns da noch einen Chip machen. Leute, ich bin schon so drin. Ha! Was? Der bewegt sich ja gar nicht. Aber warum? Was? Gar nicht gut. Überhaupt nicht. Wie seltsam. Oh! Könnte sein, dass... Sakura! Weißt du was hiervon? Äh... Also, eigentlich... Er nimmt immer noch keine Eingaben an. Was? Das hast du immer noch nicht repariert. Aber... Aber... Er hat... Er hat sich doch noch... Doch noch bewegt. Und dann, äh... hab ich zigmal versucht, den Bug zu repulsieren. Aber keine Chance. Vor dem Trainingsspiel hatte ich keine Zeit. Ich dachte, alles wäre in Ordnung. Äh... Warum hast du dich nicht gemeldet? Was wolltest du bitte tun, wenn der Fehler in diesem Spiel wieder auftaucht? Was dann? Äh... Es... Es tut mir leid. Ich finde den Bug und behiebe ihn bis zum nächsten Trainingsspiel. Weggemacht. Ich wiederhole mich zwar nur ungern, aber ich sage es noch einmal. Immer Bescheid geben. Nicht vergessen. Mach ich. Stimmt schon. Wenn der Fehler nicht gemeldet wird, kann das Problem, äh... Problem verursachen. Aber tut mir trotzdem leid. Alles in Ordnung, Sakura-kun? Haha. Warum bin ich so... Warum bin ich immer so... Sakura-kun. Besonders Teamwork wird besser. Genau. Man sieht, unser Teamwork ist ja richtig nach, ey... nach oben geschossen, weil wir so solidarisch immer sind. Warum... Warum bewegst du dich nicht? Sakura-kun... Was ist hier los? Haha. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren. Hm... Steckt echt in der Klemme, was? Oh, Mann. Was? Das ist ein echtes Problem. So können wir nicht einmal ein Trainingsspiel durchfinden. Okadawa, weißt du, was den Fehler versucht? Hm. Ich habe zwar nachgesehen, aber konnte die Ursache aber nicht finden. Hm... Alles klar. Programmieren, hm? Na, da gibt es doch jemanden, der sich damit auskennt. Sie hat zwar schon einmal abgelehnt, aber ich kann ja nochmal nachfragen. Eine neue Nachricht, äh, wird sicher von Amosauersense, Sonne, oder? Tjörgussan, ähm... Eine, wenn im Schulhof ist etwas Interessantes aufgeraucht. Es hat mit dem Professor zu tun. Sie finden es hinter der Schule. Uh... 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 Interessant, interessant. Aber wir werden erstmal zur Ethikro gehen. Und schauen, ob wir... Wupp... Äh... Sie jetzt überzeugen können. Mit ein bisschen hier... Mit unserer Silberzunge, Mann. Weil der ist... Der ist so dreist, dass er hier immer die Leute dazu bringt, das zu tun. Auch wenn sie... Auch wenn sie abgrundtief dagegen ist. Das ist unser Yagami. So. Oh, eine ausgezeichnete Schraube, liebe Leute, Mann. Jetzt geht's auf. Jetzt werden die Roboter aber richtig gebaut. Oh, ihr Bruder ist mal wieder da. Was geht ihr angemessen an? Oh, Kento können. Weil ich set einen Anblick. Immer wenn ich denke, er kommt gleich wieder, macht den Nickerchen und geht dann nach Hause. Hey, Kento. Sollte ein Mitglied des Chemikopps nicht Krimis lesen? Ach, nö. Vom Lesen werde ich bloß müde. Aber jetzt, wo sie es sagen, könnte ich ein Nickerchen vertragen. Ah, nicht zu fassen. Ah ja, Amasawa. Wo ist Itokuro? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ah. Oh. Hey. Lange nicht gesehen. Du wirst es nicht glauben. Ich bin jetzt auch im Krimi-Club. Schön dich zu sehen. Hä? Was? Haha. Tja, sie kann mich wohl immer noch nicht ausstehen. Wie meinst du das? Also, ich war mit Itokuro im Festkomitee. Festkomitee? War da nicht auch Takanashi im vom Tanzclub? Ja. Sie haben also davon gehört, Yagami-san. Itokuro war die Vorsitzende und eine echte Terranin. Sie hat allen die Laune verdorben. Letztlich haben alle anderen die Sitzung boykottiert und Itokuro war allein. So wurde das Kulturfest ein grandioser Reinfall. Echt tragisch, wenn man darüber nachdenkt. Das war bestimmt schwer für Itokuro-san. Moment mal. Wenn du auch dabei warst, Kento-kun, dann heißt das doch nicht etwa... Doch. Ich habe mich auch von ihr abgewandt. Meine Güte. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe mich deswegen ein total schlechtes Gewissen. Ich will mich schon die ganze Zeit bei ihr entschuldigen. Oh. Ist mein Timing vielleicht schlecht? Ich werde Itokuro mal hinziehen. Ah, okay. Wo ist Itokuro? Hey, Ladies. Hey, Leute. Hat einer von euch ein Mädchen namens Itokuro... Kotokuro Itokuro gesehen. Klein mit langen Haaren. Sie müsste hier vorbeikommen sein. Itokuro-san. Ach so, ja. Die Eckfausen sind volles Festkommentier. Sie ist vorhin nach oben gegangen. Vielleicht ist sie aufs Dach? Da sehe ich Itokuro-san undaut. Ja. Sogar während des Unterrichts ist sie da. Hat sie vielleicht Angst davor, wieder in die Klassen zu gehen? Muss echt unangenehm sein. Ich meine, uns wäre das auch unangenehm, wenn sie sie aufkürzen würde. Das kannst du laut sagen. Danke. Dann schau ich mal aufs Dach. Denken wirklich alle so über Itokuro? Da würde ich auch nicht mehr in die Klasse holen. Yagami. Komm, schlankstil. Zick, 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 zick. Zick, zick, zick. Okay, dann halt nicht. Naja, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal werden wir dann Itokuro mal hier nachlaufen. Und schauen, ob wir sie doch noch bewegen können, sich hier mal wieder ein wenig am Riemen zu reißen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.